Guten Tag! In diesem Video werden Ihnen die verschiedenen Ereignisse der BPMN 2.0 genauer erklärt. Ein Ereignis, englisch Event, drückt aus, dass etwas passiert ist. Es markiert einen Zeitpunkt, hat aber im Gegensatz zu einer Aktivität selbst keine Dauer. Ereignisse werden in der BPMN zum Starten oder Beenden eines Prozesses verwendet. Sie können aber auch innerhalb eines Prozesses eine Rolle spielen und werden dann als Zwischenereignisse modelliert. Das Startereignis wird als Kreis mit einfacher Linie dargestellt. Beim Zwischenereignis kommt eine zweite Linie hinzu und das Endereignis wird mit einer dicken Umrandung dargestellt. Startereignisse initiieren am Anfang eines Prozesses jeweils eine sogenannte Marke, welche den Prozess startet. Diese Marke, auch Token genannt, fließt durch den Prozess, bis sie durch ein Endereignis verschluckt wird. Zwischenereignisse können an beliebiger Stelle in einem Prozess verwendet werden. Bei den Zwischenereignissen unterscheidet man zwischen eintretenden und auslösenden Zwischenereignissen. Eintretende Ereignisse halten den Prozess so lange auf, bis das entsprechende Ereignis eingetreten ist. Auslösende Ereignisse werden, wie der Name schon sagt, zur Laufzeit vom Prozess ausgelöst. Hier sehen Sie einen Beispielprozess. In diesem Beispielprozess sind bestimmte Produkte nicht mehr an Lager. Sobald die Meldung vom Lager eingetroffen ist, wird mittels dem Startereignis der Prozess in Gang gesetzt. Die Ware wird nun bestellt und löst danach das Zwischenereignis Bestellung verschickt aus. Die Marke wandert sofort weiter zum Zwischenereignis Lieferung eingetroffen. Hier wird nun der Prozess unterbrochen, bis die bestellte Ware eintrifft. Nachdem die Lieferung eingetroffen ist, kann die eingetroffene Ware eingelagert werden. Durch das Endereignis Bestellung abgeschlossen, wird die Marke verschluckt und der Prozess wird beendet. In diesem Beispiel ist der Unterschied zwischen eintretenden und auslösenden Zwischenereignissen gut ersichtlich. Das Verschicken der Bestellung löst ein Ereignis aus und wird als auslösendes Ereignis modelliert. Beim Eintreffen der Lieferung wird der Prozess fortgesetzt. Das Ereignis Lieferung eingetroffen wird folglich als eintretendes Ereignis dargestellt. Die einzelnen Ereignisse können noch genauer spezifiziert werden. Wir schauen uns nun die wichtigsten Arten von Start-, Zwischen- und Endereignissen etwas genauer an. Wir unterscheiden zwischen folgenden Varianten. Nicht alle Typen sind auf Start-, Zwischen- und Endereignisse anwendbar. In diesem Video sehen Sie jeweils, für welche Ereignisse der jeweilige Typ anwendbar ist. Die Ereignisse können ganz einfach ohne genauere Typisierung verwendet werden. Dieses allgemeine Ereignis wird häufig als Startereignis in einem Hauptprozess verwendet. Dies bedeutet, dass die Auslösung des Prozesses entweder nicht spezifiziert ist oder manuell durch einen Taskverantwortlichen geschieht. Ein Unterprozess muss immer mit einem allgemeinen Startereignis beginnen. Die meisten Prozesse erfordern früher oder später eine Kommunikation, die sich in BPMN mit Hilfe des Nachrichtenereignisses abbilden lässt. Zeitereignisse können in der BPMN sehr flexibel eingesetzt werden. Als Startereignis kann es beispielsweise benutzt werden, um einen Prozess einmalig oder regelmäßig zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in Intervallen zu starten. Als Zwischenereignis kann das Zeitereignis eingesetzt werden, um einen Prozess anzuhalten, bis ein definierter Zeitpunkt erreicht oder eine definierte Zeitspanne verstrichen ist. Fehlerereignisse werden in Prozessdiagrammen verwendet, um mögliche Fehler abzufangen. Fehler können in der BPMN nur als angeheftete Zwischenereignisse oder Endereignisse modelliert werden. Falls bei der Ausführung einer Aufgabe ein Fehler auftritt, kann mit dem Fehlereignis eine bestimmte Fehlerbehandlung durchgeführt werden. Dabei wird die betroffene Aufgabe abgebrochen. Mit dem Bedingungsereignis wird ein Prozess nur gestartet oder fortgesetzt, falls eine bestimmte Bedingung eingetroffen ist. Die Bedingung kann nur als eintretendes Ereignis verwendet werden und kann also nicht durch einen Prozess ausgelöst werden. Ähnlich wie Nachrichten werden Signale verwendet, um Nachrichten auszutauschen. Der wesentliche Unterschied ist, dass Nachrichten immer an einen bestimmten Empfänger gerichtet sind. Ein Signal hingegen ist eine ungerichtete Nachricht ohne bestimmten Empfänger. Jeder, der ein Signal auffängt und darauf reagieren möchte, kann das tun. Das Terminierungsendereignis beendet mit sofortiger Wirkung alle aktiven Pfade auf derselben Prozessebene. Ein Terminierungsendereignis innerhalb eines Subprozesses beendet also nur diesen Subprozess und nicht den übergeordneten Prozess. Manchmal ist es notwendig, ein großes Modell auf mehreren Seiten darzustellen. Hierfür kann das Linkereignis verwendet werden. Zwei zusammengehörende Linkereignisse repräsentieren einen Sequenzfluss. Eskalationsereignisse sind Fehlerereignissen recht ähnlich. Während Fehlerereignisse vor allem bei technischen Problemen verwendet werden, markieren Eskalationsereignisse eher fachliche Probleme. Beispielsweise, wenn eine Aufgabe nicht erledigt wird oder ein angestrebtes Ziel nicht erreicht werden konnte. Mehrfachereignisse können verwendet werden, um mehrere Ereignisse zu verbinden. So kann beispielsweise mit einem Mehrfach-Zwischenereignis modelliert werden, dass der Prozess erst fortgesetzt wird, wenn eines oder mehrere Ereignisse eingetreten sind. Nun wissen Sie das Wesentliche über die Funktion von Ereignissen in BPMN. Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen zur BPMN 2.0 und eine anschauliche Übersicht über alle Elemente und die erlaubten Ereignistypen. Vielen Dank für Ihr Interesse!